folge nummer ich glaube 32 von city skylines mit dem dear sea snowfall im berg desgadener lang schön dass ihr wieder mit dabei seid wir hatten letztes mal hier noch kacheln gekauft wir haben hier noch erzgebiet und hier unten ist ja im anschluss hier ist das erdöl da wollen wir noch hin jetzt gehen wir erst mit dem tunnel durch diesen berg wollten wir durch da schauen wir mal wieder das hinkriegen das war ja schon mal habe ich da schon mal gemacht ich weiß es nicht jetzt vielleicht schon mal versucht leider bis das offline versucht kann sein aber tunnel bauen ist so eine sache für sich so was haben wir denn hier mit lärmschutz von der autobahn so dann wollen wir autobahn aussuchen autobahn ist da mit lärmschutzwand ist da und schön gerade durch kommt dann hier raus aber bleibt nicht unten oder wie sehe ich das kommt das da wieder hoch oder hat er oben auf der bord oben drauf na ich glaube wir müssen mal eine etage tiefer gehen um das zu bauen so so jetzt hätte ich gerne stelle um zu sehen wo herauskommt ist das wieder schwer jetzt müsste man mal wissen wo man einklinkt ne das sieht so aus als ob ich oben einklink oder aber das will ich ja nicht über der darunter einklinken da also im prinzip klinke ich da jetzt ein wenn ich da jetzt baue dann baut er mir einen tunnel ich sehe aber nicht ich hätte gerne gewusst ob das im 90 grad winkel ist so da geht jetzt nichts mehr da muss er also raus kommen kommt er daraus nicht wirklich oder ist da jetzt ein ausgang da kommt er jetzt raus so da geht er jetzt rein ich hoffe das funktioniert jetzt so wie ich mir das vorstelle und jetzt will da schon wieder diese scheiße machen den bogen nämlich gucken wir mal ob wir bis dahin jetzt hinkommen hier kommen wir nicht wahrscheinlich das ist ziemlich nervig das zu bauen und irgendwie nervt mich irgendwas im hintergrund aber ich glaube jetzt hat es geklappt irgendein programm macht da so ein jingle immer ziemlich nervig so was wenn man es abgeschaltet hat meint man und es ist doch nicht abgeschaltet so jetzt haben wir das soweit fertig oder herzlichen glückwunsch großartige stadt drittes dahlen haben wir freigeschaltet und solarkraftwerk ist jetzt nicht so viel aber wir haben 19.000 leute schiff und da gibt es die nächste fläche erst ok das heißt wir müssen 30.000 jetzt schaffen naja einzigartige gebäude ist ein wintermarkt aber das geht zu schnell hier wintermarkt chips startgelände bootsmenü museum verkehrspark lokomotivhallen palais obte damm ok sportarena kölner dom gibt es auch aber der ist noch nicht freigeschaltet auch sehr schön ach so das sind noch lauter schlösser daran das sind dann nur einzelne wieder ich dachte er zeigt mir jetzt an was freigeschaltet ist aber das ist jetzt nur der solarpark der da ist solarkraftwerk ok spielt keine rolle wir sind auf jeden fall durch den berg durch und diesmal hat es dann tatsächlich gut geklappt würde ich sagen so das bedeutet jetzt baut man hier so eine schicke brücke oder so sieht doch ganz nett aus dann oder und die baue ich jetzt mal darüber oder aber so ein geschwungenes ding wäre schöner oder kommen das probieren wir mal und darunter hat es wieder doof da komme ich nicht runter her nachher wetten das sieht gut aus mal drehen super super so nebeneinander ist nur die frage ob ich hier unten drunter herkomme ich glaube nicht mehr da geht keine straße drunter oder sei mal gerade eine vierspurige oder sechsspurig doch geht cool das wollte ich so haben das schon mal was äh ja sehr gut so jetzt eine abfahrt hier basteln oder abfahrt da ja schön wäre es gewesen wenn es jetzt darauf einfach geht tut es aber nicht naja geht gar nicht cool oder das ist schon wieder ärgerlich das ist schon wieder ärgerlich komm machen wir weg machen wir das weg und das weg ich mach mal was sind das jetzt hier autobahn mit leermschutzwand einer richtung das sieht gut aus das sieht auch erstmal gut aus so jetzt müssen wir nur gucken dass wir den dann noch hinkriegen geht auch sehr schön das hat mal geklappt so die wollen nach da und die wollen nach da eigentlich müssen wir jetzt eine richtige autobahnbrücke bauen warte mal wenn die aber nach da wollen dann müssen wir das hier noch mal ändern das ist doch nicht so wie ich es mir vorstelle wir sollten ein richtiges kreuz dann bauen oder das müssen wir dann ein bisschen anders basteln das heißt von hier noch da noch da warte mal ich müsste jetzt gucken dass ich es von hier aus schaffe diese spur daneben zu basteln geht schon mal nicht hat jeder gut geklappt ne ach da 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 war es grad ne du sollst geradeaus gehen du sollst nicht hier schon einklinken wie kann ich dem sagen dass er nicht da rein klingen soll weil ich dann wahrscheinlich hier auf gerade gehen muss oder kann das sein so so ist cool so und dann muss ich von hier aus runter kommen so dann hoch dann muss ich aber jetzt diesen wieder an machen warte mal das heißt ich muss den auch noch mal ach quack der muss noch mal weg habe ich ja habe ich so wenn ich den jetzt schon hoch machen dann geht es nicht okay so 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 sieht es ganz schick aus so die von da kommen können jetzt da lang fahren und da lang fahren die von da kommen weg das bedeutet kann ich jetzt aus nein ich kann da nicht raus das nicht wahr oder also eine richtig schöne kreuzung zu bauen so ein autobahnkreuz zu bauen ist irgendwie nicht möglich da gibt es ein fertiges wahrscheinlich ne gibt es nicht richtig ist autobahnkreuz kannst du selber bauen okay blöd ist nur dass es nicht klappt der markt jetzt nicht so geht es warte mal wenn es so geht dann geht es auch weiter hier vorne vielleicht das ist zu weit vorne jetzt hoch machen ist das auch nicht schade da geht es das ist das ist das ist Das geht so nicht. Jetzt gerne gerade, ne? Einfach nur gerade jetzt mal. Achso, weil jetzt musste ich es umschalten. Warte. So wird es drauf gehen. Machen wir gerade. Wenn ich es so mache. Ne, das ist doof. Obwohl, eigentlich schon. Ne, mach weg. Mach weg, das ist nix. Lass uns mal gerade hier erstmal schauen, ob wir hier... Geht nicht, das ist zu eng alles. Der Snack da rein. Wie kann ich es da hinschieben, dass er da baut, wo ich will? Shift-Taste, Steuerungstaste bringt also nix. Alt-Taste bringt auch nix. Das wäre jetzt hier noch mein Ding so, ne? Richtig doof, oder? Warum snappt der sofort da so weit ein? Ich will doch gar nicht, dass der einsnappt. Einfach hier nur eine Straße nehmen, kann ja nicht so schwer sein, oder? Komm, reiß das weg. Ich baue das nochmal neu. So. So. Ja, ist nicht so leicht. Da will er jetzt noch nicht mal dranbleiben, ey. So ein Shit aber auch, ne? So, das bedeutet hier... Dreisprurige Autobahn. Kannst du so bauen. Das geht, pass auf, ne? Ne, doch nicht. Ne, das mag er insgesamt nicht. Das heißt, wir müssen da noch ein Stück wegschmeißen. Und lass uns erst das 6er Stück bauen hier. Zu nahe. Ja, super, mach gerade. Das geht nicht. Das geht. So, und von da aus gibt's die Autobahn. Das war doch dreispurig, ne? Oder ist das nur zweispurig? Ne, das ist nur zweispurig. Dann haben wir diese hier genommen. Wahrscheinlich wäre es dann eben auch gegangen, ne? So, und die Auffahrt geht da hin. Und von da... ist man noch da hoch. Geht nicht. Will er nicht. Shit. Kann es nicht sein, oder? Kann es nicht sein. Das geht. So, und das ist die Autobahn, oder? Naja. Ich glaube, das können wir dann nochmal abreißen. Das müssen wir später gucken, wie wir das hinkriegen. So, hier geht's runter. Und hier geht's runter. Ach, da haben wir noch nicht angeschlossen. Da müssen wir noch anschließen. Das bedeutet, ich reiße nochmal das letzte Stück hier weg. Warte, das mal... Versuchen wir nochmal ein bisschen näher daran zu kommen. Ah, es war klar, ne? Okay, und Steuerungsset machen. Ne. Schade. Auch ein neues. Warum geht das jetzt nicht? Kannst du mich einfach da anschließen, Alter. Warum will das nicht? Ey, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Kannst du hier abreißen. Ey. Ist schon mal ausgewählt. Und das will er nicht. Meine Fresse, ey. Sechs Bonet, vierspurige Autobahn. Hier, weiter bitte. So, Zubringer. Fast. Sechs Bonet, vierspurige Straße mit Bäumen. Geht hier weiter. Will er noch nicht mal. Jetzt macht das gut. So, aber... Ist ja dämlich, ne? Kannst du wieder abreißen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Weil die muss ja hier... Das ist ja hier so, ne? Und das... Und das... Und von hier aus... Muss es da hin. Passt, oder? Sollte auf jeden Fall. Und hier... Muss definitiv dann unser Werkzeug hin. Und das... Und das... Definitiv so. Dass keiner auf dem kalten Computer dreht. Weil das kann man hier im Kreuz machen, wenn es denn fertig ist. So, die können da runterfahren. Die können da rauffahren. Und die hier... Müssen noch da runterfahren können. So... Also, warte, ich muss das nochmal umdrehen. Geht das nicht umdrehen? Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Oder ist das nicht mit dem Rechtsklick? So war's, okay. Das sieht aber jetzt mal gut aus, ne? Jetzt wird's nur ernst mit dem... Hier drauf kommen. Ne. Das war schon richtig. Ist schon krass, oder? Autobahn. Ne, zweispurig. Das ist alles hochgelegt, kann da sein. Das ist schon wieder doof. Marker schon wieder nicht, ne? Kannst schon wieder knicken, ey. Warum geht das nicht so einfach? Sehr schön. Von hier gleich da hoch. Passt soweit. Jetzt kriegen wir hier nur den Dreh wahrscheinlich nicht. Warte mal, die müssen von hier oben herunter, ne? Muss ich da erst eine höre, oder was? Das müsste doch so gehen. Ort ist bereits belegt. Ja, weiß ich. Mann, das kann doch nicht sein. Ort ist bereits belegt. Oh Gott. Vielen Dank. 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 Herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls ihr euch gefallen habt, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke, Anrede, mit welches nächste Video hochlade. Kommentare, herzlich willkommen und teilt das Video auf andere Abo fehlt mir irgendwie, es stagniert gerade total, ich weiß nicht warum, ob YouTube da dran sitzt, ich weiß es nicht. Wir sehen uns, wir sehen uns in der nächsten Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao.